yo yo peace leute was geht stefan nintendo am start bei donkey kong country 2 auf der super nintendo so ok also wir sind jetzt genau wir müssen noch ein level bestehen und beim boss zu gelangen das ist die halbe miete das werden wir auch so tun so ok und wir werden das schon irgendwie hinschaukeln und wenn ich dann werde ich nie wieder zockerwunsch videos nehmen von einem kumpel weil das war ein zockerwunsch video ich muss aber ehrlich sein das spiel ist geil aber bei mir ist es so ich mag am liebsten donkey kong country 1 also am liebsten mag ich am allerliebsten mag ich donkey kong country 3 konnte donkey kong country ich kann das noch mal aussprechen also ich mag den dritten teil den ersten teil und dann kommt der letzte teil denn ja das ist einfach so bei mir also das ist so der letzte teil und den mag ich jetzt leider nicht so aber das macht nichts denn wir bekommen alles hin so schaut her bis jetzt läuft es gut bis jetzt so ok das ist ein bösewicht hier also so jetzt schnell weg so die hälfte hammer sehr gut ok jetzt kommt was lustiges und zwar also eigentlich ist es nicht lustig nicht für mich wir müssen vom boss weg rennen ich habe den können wir nämlich erst danach machen so also schaut her also klar jetzt können wir hier auf die bienen hüpfen war mal daher war wohl nichts satz mit x war wohl nichts so ok und ab hier stehen bleiben bitte und jetzt müssen wir vom boss abhauen also nein aber jetzt ja jetzt also ihr seht ihr seht so ihr seht der also sobald er mich berührt verlegen leben also ich habe zwei leben aber es wäre gut wenn man trotzdem so weit wie möglich von ihm wegkommt so weil der ist auch ziemlich schnell und ja so das war's das war's wir haben schon geschafft okay das verlief gut so jetzt spul ich kurz vor nicht erschrecken ich will schnell abspeichern warum aber warum ist denn das jetzt wieder auf englisch eingestellt das verstehe ich nicht das habe ich doch ihr habt doch gesehen gehabt ich habe es ganz am anfang auf deutsch eingestellt gab aber gut ähm zur not mache ich jetzt da einfach einen safe state ja so ok wird stefan nintendo den post besiegen ja das werden wir sehen ich habe jetzt mit diesem boss nicht so gute erfahrung so jetzt bam ok war nichts komm komm aber jetzt bam na Mist Glück gehabt so warte Taktik vor mir so jetzt mhm bäum hä wie ach man das hasse ich so jetzt hat also da muss man aufpassen bisschen ja pfff das war auch wieder knapp so jetzt so hm 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 ok irgendwie kann ich ihn jetzt nicht angreifen die frage ist warum jetzt hat ich müsste ihn von vorne angreifen ah shit ok alles klar ähm ich weiß bescheid so also man muss ihn erst von hinten angreifen dreimal und dann irgendwie von vorne angreifen total cringe und ähm dann muss ich ganz viele bienen angreifen ich hab mir ein let's play vorher angeschaut so so gleich zack weil wir haben genug zeit verloren ich möchte noch bisschen im nächsten level ähm zocken das wäre cool so bam hä der war doch grad getroffen jetzt hat oh man ey rass alter der junge ok ich darf nicht wieder so viel ausrasten das ist nicht gut für mein herz ähm ich muss ihn von vorne angreifen ich muss ihn von vorne angreifen ach verdammte axt leute ich weiß nicht irgendwas stimmt da heute nicht hm ich mein der wird ja auch immer schneller das muss man beachten ok wir greifen ihn gleich mal an so und gleich nochmal so ok das ist zwar gefährlich aber wo ist denn der jetzt hier ist er Mist ok jetzt hat nein hier jetzt habe ich ihn das ist nicht einfach das ist echt schwer ich fand den anderen boss den fand ich wesentlich einfacher ok aufpassen aufpassen wo ist er hier ich glaube jetzt ist es so jetzt muss ich ihn von vorne schon angreifen also es ist total komisch oder man muss ihn ganz oft angreifen ne also irgendwie zieht ihm das gar nichts ab aus was weiß ich was für gründen ich muss ihn den stachel erwischen der leuchtet jetzt hat jetzt check ich das wow das ist ja ganz schön schwer jetzt habe ich ihn getroffen jetzt muss ich nochmal den stachel treffen alter das ist ganz schön schwer ich krieg das aber hin ich glaube an die macht oh Mist oder auch nicht wow jetzt hat jetzt muss ich aber hochfliegen sonst erwischt er mich wieder ich brauche eine Taktik jetzt hat bam jetzt muss ich ganz viele kleine Viecher treffen ok bam und jetzt hier bam komm her Mann ey geh weg bam alter ja ja stefan nintendo hat den boss besiegt ja nach ähm drei versuchen ok war ok ja kann man mal machen der war echt schwer ja der nächste boss ist so ein geiergeist so ja das werdet ihr im nächsten part sehen und auf jeden fall ich muss jetzt hier wieder ein safe state machen weil ähm ich habe hier glaube ich nur noch zwei leben und das war's ok ok ahja das ist so ein ruhiges level also ich hoffe dass es ruhig ist hm mhm also man darf das nicht zu spät und nicht zu früh machen das ist klar aber wenn die Viecher kommen jetzt und beißen mich hier oh nein geh weg das hättest du wohl so gerne hä oh scheiße man was wegen dir alles ey ja man muss halt wieder aufpassen ne ey ich stirb doch wieder das ist der tod ist doch wieder gesaved ich brauch den kumpel dann kann ich hier diesen bösen eagle besiegen gut die hälfte haben wir schon wieder geschafft den besieg mal ach man ich hab das doch gewusst ey ok so ok und schnell rüber wow der hat mich aber jetzt gerade erschrocken hä das war unfair ich hab das doch erwischt gehabt warum fliegt denn die runter ok aber wenigstens wenigstens also wenigstens zur hälfte geschafft das ist cool so den nimm mal gleich für die blöde Biene hier ey jetzt hat aber schnell rüber ach ne ach ne Bonus Level muss ich jetzt nicht unbedingt machen also mit ähm ähm der Dame ist es auf jeden Fall viel einfacher so jetzt muss ich aber schnell rüber sonst bin ich wieder so gut wie tot jemals ja man ja jemals 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 Was aber allerdings nicht geil ist, ist das nächste Level. Oh man, ihr werdet es sehen. Oh nö, ey, fuck you. Das macht nicht Spaß, das ist kein Level, das Spaß macht. So, da ist jetzt ein Geist und ich muss immer diese Plus-Dinger sammeln. Das verläuft jetzt zwar einfach, aber glaubt mir, das wird immer schwieriger. Genau, da sind auch diese Minus-Dinger. Also Minus-Fässer. Aber, genau, jetzt sind wir beim Bonus-Level, da sind wir erstmal ein bisschen sicher. Aber wisst ihr was, Leute? Wir haben wieder fast das Spiel durchgespielt. Und, das ist doch die gute Nachricht, ne? Yay, wir haben ein Bonus-Level geschafft. Was jetzt aber nicht so lustig ist, ist das Level hier. Oh Gott. Ich brauch das, alles brauch ich, ich will alles haben. Oh scheiße. Also hier muss man ganz oft hüpfen. Das ist es. Um Gottes Willen. Oh man. Okay. Das ist das Geile, wir haben jetzt schon die Hälfte geschafft. Jetzt wird es richtig knackig hier. Mann, hier muss man ganz oft hüpfen. Das ist das. Oh Mann, ey, verdammt. Oh. Ah Mist, habt ihr es gesehen? Ich habe es gerade nicht geschafft gehabt. Und ich habe es jetzt wieder nicht geschafft gehabt. Scheiße. Mann. Das mit der Biene war wieder so unnötig. Das war so knapp gerade. Echt? Komm, das schaffen wir doch jetzt, oder? So. Ah Mann. Musst du so oft? Okay. Ich glaube, wenn ich jetzt noch eins erwische, bin ich... Dann war es das. Dann bin ich weg vom Fenster. Das war jetzt knapp gerade. So. Und hier wieder diese Bienen. Nein Mann, immer erwischen die mich, diese Scheiß-Drecksviecher. Und jetzt muss ich mich konzentrieren. Okay. Oh. Ach, scheiße. Komm, bitte lass mich gewinnen. Geil. Leben zurück. Leben, ähm, 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 na? Wir liegen gut in der Zeit. Aber ich darf jetzt mal nicht so oft sterben. Also Leben geholt und Leben zurück, das hatten wir auch noch nicht so. Oh, okay. Diesmal, ja. Jetzt sieht's doch gut aus. Nein, doch nicht. Okay, nein, sieht scheiße aus. Komm. Boah, das war so knapp. Mann, ja. Ja, die Bienen haben wir jetzt auch mal ausgewichen. Oh, Mann. Okay. Ja, okay. Alter. Alter. Lach nicht so viel, du Arsch. Komm, bitte. Ich will doch einfach nur gewinnen. Nein. Ah, nein. Kurz vorm Ziel. Ah, Mann. Warum? Das ist wieder so unnötig gewesen. Also, ihr merkt das. Ich hab das aber im Voraus gesagt. Ich kann dieses Level einfach nicht. Das ist aber auch schwer. Das ist echt... Okay, ist schon verkackt. Außer, ich erwische jetzt keins mehr. Dann könnte ich vielleicht Glück haben. Nee, okay. Das war's. Das ist schon ein gemeines Level. Also, das ist echt gemein. Vielleicht sollte ich auch... Ich drück die Renntaste immer mit. Vielleicht sollte ich die auch nicht mitdrücken. Weil ich glaub, das ist das Problem. So. Okay, dann sind wir schon mal die Bienen los, ey. Weil das Level kann ich jetzt hier verlieren. Das ist auch so ein brutales Level. Wahrscheinlich auch wieder kurz vorm Ziel. Also, irgendwie hab ich's nicht so mit diesem Spiel heute. Okay, das ist auch brutal hier. Das ist auch schwierig. Ich verliere safe. Komm. Ich glaub, das wird heute nix. Das wird heute nix. Ich bin jetzt schon wieder leicht angefressen. Komm. Ja, komm. Das ist doch so klar gewesen wieder. Und jetzt sterbe ich hier bei den Bienen, oder? Nein, tatsächlich nicht. Doch. Verdammte Axt. Ich probier's jetzt noch einmal. Wenn's jetzt nix wird... Dann lass mal das einfach sein für heute. Okay. Also, ich weiß nicht. Warum erwisch ich diese Fässer dauernd? Ja, schon Arschkarte. Genau, da hüpfen wir vorher. Ne, das geht jetzt wieder nicht. Egal, wir haben's geschafft. Zumindest bis jetzt. Okay. Ach, Mann. Hä, ich hab doch das noch rechtzeitig erwischt gehabt. Okay, wir können noch einen Versuch starten. Aber dann ist mein Let's Play vorbei. Weil, ich bin zu oft gestorben. Wenn nicht, dann mach ich das offline. Und wir fangen einfach im nächsten Level wieder an. Das ist halt so. Das ist halt ein Level, was ich halt einfach nicht gut kann. Ich hab's aber auch nicht vorher geübt gehabt. Muss ich auch dazu sagen. Komm. Ha. Okay, das war irgendwie grad scheiße. Komm, schaff mal das jetzt. So weit hab ich das bis jetzt nicht geschafft. Okay. Boah, kack. Boah. Oh, Mann, ey. Boah. Wartet mal. Okay, meine lieben Freunde. Wir haben's geschafft. Bis zum nächsten Mal. Euer... Warte mal. Bis zum nächsten Mal. Euer Stefan Nintendo. Peace. Tschüss. Tschüss! Tschüss!